Ja, heute geht es darum, dass wir herausfinden möchten, mit welchem Keyword wir denn die meisten oder höchsten Google AdSense Einnahmen generieren können. Google AdSense sind Werbeformate, die ich auf meiner Webseite einbinden kann. Und die Frage ist natürlich hier, mit welchem Keyword soll ich denn meine Seite ausrichten, damit ich auch möglichst eine hohe Einnahme generiere mit Google AdSense. Und beim SE-Cockpit, was übrigens eines meiner Favoriten-Tools ist rund um die Keyword-Analyse, haben wir ein spezielles Feld. Und das werden wir jetzt mal gemeinsam aktivieren. Das nennt sich nämlich AdSense-Wert. Das aktivieren wir jetzt. Und jetzt habe ich hier neben der Nischenanzeige, je ausgefüllter, desto höher die Nische. Dann haben wir das Keyword, also den Begriff. Und dann haben wir den AdSense-Wert. Dieser Wert wird zusammengestellt aus dem Kurs-per-Klick-Wert und der monatlichen Suchanfrage. Das heißt, wenn also viele monatliche Suchanfragen vorhanden sind und ein hoher Kurs-per-Klick-Wert, das sehen wir zum Beispiel hier, 1,20 und es wird 22.000 Mal im Monat gesucht. Oder hier ist es zwar weniger, aber es ist ein hohes Suchvolumen vorhanden. Oder was haben wir einfach? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, ich habe hier mit einem Klick, wenn ich jetzt hier drauf klicke, zack, alle Keywords, mit denen ich die höchsten Einnahmen zu meinem Hauptthema in Form von Google AdSense realisieren kann. Also auch das ein ganz, ganz wichtiges und tolles Feature, was ich hier auswählen kann, gerade für die, die mit Google AdSense-Werbung auf der Webseite möglichst viel verdienen möchten. Da kann man ja auch einfach zusätzliche Blog-Beiträge machen und dann durch die Auswertung von diesem Tool hätte ich jetzt sofort schon einige Blog-Beiträge oder Themen, die ich nutzen kann, um mit Google AdSense richtig viel Geld zu verdienen. Den Link zum Tool und zwar werde ich euch einen Link platzieren zu einem Webinar, denn im Webinar gibt es immer wieder Spezialpreise. Deshalb empfehle ich euch einfach mal am Webinar teilzunehmen und euch mal dieses gigantische Tool in 45 Minuten erklären zu lassen, damit ihr auch genau versteht, wie das alles funktioniert. Mein absoluter Favorit und ihr werdet sicherlich noch weitere Videos machen. Gebt mir doch mal Bescheid, was ihr davon haltet, was für Tools ihr nutzt. Einfach unterhalb in die Kommentare schreiben und ich freue mich, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Natürlich Kanal abonnieren, falls diese Themen für dich interessant sind. Dann wirst du nämlich automatisch jedes Mal informiert, wenn wir wieder ein tolles Video hochladen.